Musik 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 Erstmal einen wunderschönen Tag mit euch und diesmal schöne Grüße aus Portugal, Estoril bei Lissabon. Ich hoffe, hier steht nicht gut. Hier sind wir angekommen. Gestern. Gestern sind die Waage gelacht, angemeldet, alt durch. Und jetzt beginnen wir heute direkt mit dem Schönsten mit der Farbe. Ganz entspannt. Schau her mal, schau her mal da her. Was du machst ist, du druckst schön zusammen und aus welchem Grund auch immer. Ja. Und jetzt bring richtig Druck aus. Ohne, dass wir nach vorne zusammenklappen. Ja, schau, dass du die Hände wirklich ganz nah dabei sind. Und jetzt druckst du in dieser Position an. Genau. Und du schaust, dass du diese kleinerei von der Muska rauskriegst. Ohne, wie er wurde. Nur dieses Kippe-Dedeitungssystem. Ja, genau. Bauch, schau, dass du gut am Bauch wechseln. So. 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 Sehr schön. So. So. Dann schauen wir jetzt mal mit der Vorwärter herrige an. Umso bleiblich es die Bisse gibt. Die Hautartartierung ist schon schön. Die kann das hier schön verschieben. Spontaner Formcheck. Stefan ist diesmal mit am Start. Freut mich extrem an dieser Stelle. Schönen Grüße, Stefan. Danke, dass du hier bist. Stefan hat zehn Athleten dieses Wochenende auf der Bühne und das ist natürlich genial. Da ist der dritte Wettkampf. Die ersten beiden Wettkämpfe liefen über WhatsApp und unsere Kommunikation schon hervorragend. Bin gespannt, dass sie dieses Wochenende rausholen. Vorn sitzt. Vier Mahlzeiten sind drin. Sechs fehlen noch. Oder sieben. Ich denke, wir haben heute sieben. Aber jetzt will ich fahren. . Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind fertig mit dem Tanning und bevor ich jetzt hier so viel rede, gehen wir erst mal raus. Es ist nämlich ganz schön laut. Oh, das ist großartig. Und nachdem wir alles noch nicht verändert haben, bis jetzt. Alles war gut im Januar. Es war eine lange Prüfung. Ich glaube, es sind jetzt 20 Wochen. Jetzt haben wir 20 Wochen. 20 Wochen heute. Oh, das ist länger. Ja. Wir hatten eine lange Prüfung. 20 Wochen jetzt. Wir beginnen sehr früh. Die Kondition war gut. Sehr früh. Ja. Das ist ein Problem. Du musst es halten. Ja. 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 Leg einfach nur deine Arme rein. Ja. Gib so gut wie möglich Druck am Latt und leg die Arme rein. Aber zieh es nicht hoch. Okay. Jetzt hast du ja eine relativ lange Mittelpartie. Ja. Ja. Leg die einfach rein. Ja. Geht ja. Weiter. Das ist gut und nicht. Ja. Fast perfekt. Du musst dieses V da rausleuchten sehen. Und dazu die volle Brust. Dann steht ja genau im richtigen Winkel. Okay. Und jetzt knickt ihr ein bisschen rund rüber. Nein, nicht in die Richtung. In die Richtung. Genau so hat es auszuschauen. Super, Tobi. Ja. Weiter. Schauen wir, ob du es auf die Seite auch hinkriegst. Das ist immer spannend da. Ja. Es gibt immer eine B-Seite. Die keiner werden will. Besser als der Sternenschild, aber nicht ganz optimal. Ja. Du hast diesen Arm auch zu weit hier vorne. Ja. Der gehört da her. Okay. Ja. 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 Genau. Ja. 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 und das ist ein Schiff. 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 Sehr gut. Bauchig. Und aus Maskera. Du siehst auch viel mehr in deinem Schiff. Stefan, zufrieden? Ja. Nach der Arbeit. Oder wie war das? So. Noch ein bisschen Coaching. Wo ich dann Brusinghilfe bekomme, Farmtrack gemacht. Ich glaube, Stefan ist ganz zufrieden. Ob das passt. Beste Version heute von mir, würde ich sagen. Sagt ihr, ich weiß es nicht. Und jetzt gibt es endlich das Trashen. Kühl schon lange her. Ich hinke wieder ein bisschen hinterher. Und das ganze Thema Outlaw ist gerade hier. Habt ihr eben schon ein bisschen gesehen. Wirklich sehr, sehr cool. Und hier gibt es natürlich wie immer das Trashen. Meine Trashen, klar. Nicht nur beim Laden. Normalerweise auch meine Pülle. Und manchmal auch meine Post. Oder bei Mahlzeit. Die nehmen es ein Rice-Pudding. Die ist noch mit Honig. Okay, gut. Weißt du, was du aufpassen musst? Was bei dir ganz wichtig ist? So zieht sie, ne? Dass die hinten höher ist. Und der Oberkörper wird kürzer. Er muss eigentlich schauen, dass der genau in dieser Flucht, in diesem Cut, der da ist, drüber liegt. Und bei ihm ist es immer... Ja. Und da siehst du schon von der Seite, dass das die Symmetrie komplett zusammen hat. Ja, die haben nicht wirklich richtig angegangen. Perfekt. Dann nicht zuteizieren, sondern wirklich... Bitte. Herr Kienzel, was sagen Sie? Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem jungen Herren. Aus Hamburg. Hansestadt Hamburg. Gutscheit aus Hamburg. Ihr habt es gerade gesehen. Wir haben gerade einen schönen Formcheck gemacht mit Stefan. Im Park, vorm Casino Estoril. Wo es morgen an den Start geht. Das seht ihr im Verlauf des Videos. Wir haben jetzt auch mal einen Outdoor-Formcheck gemacht. Ein paar Fotos gemacht. Direkt eine Mahlzeit. Jetzt warten wir hier aufs Uber. Oder besser gesagt, wir warten noch auf die Bestätigung. Es ist gerade extrem schwer hier einen Uber zu bekommen. Ich weiß nicht, ob hier heute alle in Feierlaune sind. Die Basen auf jeden Fall voll. Und dementsprechend gibt es gerade keine Uber. Wir sind wieder im Apartment. Ich bin total im Eimer. Bin ich ganz ehrlich. Der Tag war lang. Und irgendwie bin ich vom Essen total kaputt. Ihr seht, ich habe gerade meine letzte Mahlzeit vorbereitet. 100 Gramm Haferflocken. Mandelmus, Apfelmus, bisschen Zimt. Ein bisschen Vanillezucker oben drüber. Für den Geschmack und für ein paar extra Kohlenhydrate. Erster Tag ist vorüber. Form sitzt. Ich bin gespannt. Ich bin müde. Es geht morgen relativ spät los. Meine Klasse wird irgendwie ab 16... Äh, nicht meine Klasse. Die Bodybuilding-Klassen gehen ab 16 Uhr los. Das heißt, wir haben den ganzen Tag Zeit, um zu essen, um zu entspannen. Um die Form zu halten. Ganz locker. Das heißt, wir können morgen schlafen. Dann geht es morgen früh erstmal zu Stefan. Das seht ihr dann im Verlauf des Videos. Da geht es weiter. In diesem Sinne, melde ich mich für heute Abend ab. Ciao. Guten Morgen. Guten Morgen. Alter. Ich bin richtig schön zerschossen. Gut geschlossen? Ja. Als zweimal wach. Du hast sicherlich schon gesehen. Die Haferflocken sind weg. Auf jeden Fall. Kleine Nachtmahlzeit gehabt. Und mein Magen ist komplett leer. Ich habe so einen Hunger. Das waren gestern 8400 Kalorien. Einmal kurz so einen Block raus. Ein bisschen wach werden. Selbend. Käffchen. Mahlzeit eins. Kommt richtig leer. Am Wettkampfstag. Am Wettkampfstag. Ist eigentlich ja wichtig, wie ich mich fühle. Also Bauch ist flach. Der Hunger ist da. Der Hunger ist da. Das ist jetzt noch eine gute Konsistenz. Manchmal würde ich es lange stehen lassen. Ich habe es jetzt schon vorhin vorbereitet. Ich habe es geschafft. Es ist 9 Uhr. und es gibt hier Frühstück, mit Stefan alles besprochen. Schnell vergaulich, lecker, süß. Ich bin ganz ehrlich, nach dem Laden, nach den letzten Wettkämpfen, ist es immer salzig geworden, immer Pizza. Nach drei Tagen Rice Pudding, Apfelmus, immer süß, süß, süß. Ja, schreit der Hunger dann nach was leitzigen. Aber, es ist einfach eine gerne Mahlzeitung. Ich muss es nicht immer sagen. Cool, das Fernsehlandbrot. Mal sagen, man kann den Rice Pudding irgendwie echt nicht versauen, oder? Hast du schon hingewiefert? Nein, das ist schon schwierig. Außer man hat zu viel Wasser und es zieht sich gar nicht mehr zusammen. Ja, wenn man jetzt sechs, sieben fünf Wochen, eine Menge Wasser oder so. Zwischen drei und fünf Wochen, eine Menge Wasser. Das ist auch eine Zeitfrage. Schönes Frühstück. Und danach geht es zu Stefan drüber. Der schon auf dem Badcamp. Jetzt läuft gerade die Original Show. Und dann gucken wir, was er sagt. Und dann machen wir den weiteren Plan des Tages. In sieben Stunden habe ich Tanning. Und dann das ist wirklich ganz entspannt. Heute gibt es natürlich ein großes Uber für den Sparpreis. Das haben wir für drei Euro zum Apartment. Zum Tresino. Gestern mussten wir noch XL buchen. Morgen. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ja, das ist so das enge Team. Riki natürlich, Nino hinter der Kamera. Michi, Stefan sowieso. Aber Michi und Nino, die wollen jeden Morgen ein Formupdate von mir haben. Und das bekommen sie natürlich auch. Aber jetzt haben wir ja keine Formupdates gemacht, weil wir es immer live machen. Von daher hat Michi gerade gefragt, ob alles gut ist, ob ich lebe. Achso. Geil, ne? So. So merkwürdig mit den Masken geworden. Aber gut. Da vorne geht es auf jeden Fall los. Es läuft gerade die Regionale. Mal gucken, wie wir jetzt da reinkommen. Ähm, wo Stefan ist. Und dann können wir checken. Checken, 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 checken. Guten Morgen, Herr Kiesel. Guten Morgen. Du kriegst noch so eine Schicht, gell? Ja, muss ich. Ich habe hier auch Zweck. Weil dunkel kommt gut dort. Ja. Also dunkel passt schön. Ja, in meiner Brust ist es auch gleich ein bisschen heller geworden, weil ich geschritzt habe. Ich bleibe schön auf dem Industrieboden. Ja. Hose hast du auch schön mit Zucht. Weiter drehen bitte in der Hüfte. Ja, weiter. 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 Ja, super gemacht. Genau so kehrt das. Ja, super gemacht. Genau so kehrt das. Sehr schön. Sehr schön. Ja, aber wir waren so in Action. Ich habe es vergessen, Story zu machen. Schande über mein Haupt. Wir sind gerade zurück vom Formcheck. Form sitzt fast alles soweit. Gewicht 125,8. Heute Morgen nüchtern. Erste Mahlzeit ist drin. Die habt ihr schon gesehen. Jetzt bin ich mit Nino unterwegs. Und wir sind auf dem Weg zur Pastelleria Garet. Empfehlung von Fabi. Schöne Grüße, Fabi. Es wird jetzt ausgecheckt. Und natürlich probiert. Und dann geht's zurück ins Apartment. Wettkampf geht heute für mich. 16.30 Uhr los mit dem Punning. Und ja, da wir da noch ein bisschen Zeit haben, habe ich noch Zeit zum Ausruhen und vor allen Dingen zum Essen. Okay, we escalated through. Guck mal hier rüber. Manchmal bin ich wirklich erstaunt. Viele fragen ja immer so auf Reisen, was wir gegessen haben, was wir machen, was wir ein Geld ausgegeben haben. Kriege ich oft Nachrichten. Und wir haben jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 Stücken, ich würde mal sagen Kuchen, für 16 Euro gekauft. Finde ich völlig entspannt. Die meisten Sachen kosten Euro. Quattro Mocca kostet 1,50. Ich denke mal, das wird diese große, ich glaube, in Deutschland heißen die Liebesknochen oder sowas. Irgendwie so, ne? Völlig entspannt. Das teuerste Eclat mit Chocolate war 1,60. Völlig entspannt. Empfehlung. Direkt eine Minute vom Casino für alle, die mal hier starten. Und jetzt warten wir auf den Uber. Und leider dürfen wir das Ding jetzt nicht vernichten, weil ein Muffin habe ich vor dem Wettkampf. Das ist auf jeden Fall geplant. Bis Stefan mich wieder sieht. Ich denke mal, wir werden die zweiten Muffin noch mitnehmen nachher zum Wettkampf. Und der Rest ist für heute Abend. Herrlich ist das geile Wetter hier. So lässt sich das Leben. Und guckt mal, wer da angestrichen war. Na komm, im Stechschritt hier. Frühstück. Frühstück. Motivation. Wir haben hier den Morgenkardio gemacht. Fastet, wie immer. Also nüchtern. Ganz fleißig. Das sieht anstrengend aus. Aber man muss auch sagen, es ist richtig ätzend. Wenn man hier zum Meer runter geht, haben wir vorgestern gemacht, wie gestern. Und es geht erstmal nur bergab. Und man weiß eigentlich schon, dass am Ende der Runde so ein richtig schöner, steiler Berg kommt. Nochmal, um richtig einen drauf zu setzen. So, jetzt geht es aber erstmal hoch und fix kochen. Der 3. Trailer geht jetzt vom neuen Marvel-Tipp. Damit dafür begeister ich mich sehr. Weil der Pepper ist gar nicht im Kino. Wir haben jetzt noch Batman offen. Den werden wir am 8. Mai gucken. Ja, ansonsten, um euch nochmal aufs Laufende zu bringen. Es ist 15.24 Uhr. Ich habe das Uber schon vorbestellt. Das ist heute sehr schwer, ein Uber zu bekommen. Vier Mahlzeiten habe ich gegessen. Riki bereitet gerade die nächsten drei vor. Oder vier, ne? Ja, vier. Vier sind fertig. Einfach, um sicher zu sein. Lieber eine zu viel zu haben, als zu wenig auf dem Wettkampftag. 15.30 Uhr fahren wir rüber. Wir fahren 5 Minuten. Dann ist alles entspannt. 16.30 Uhr habe ich Tunning. Das heißt, wir können uns erstmal einen Platz suchen. Gucken. Ja, orientieren quasi. Und dann ein bisschen chillen da. 16.30 Uhr circa zum Tunning. Je nachdem, wie der Ablauf ist. Wie gesagt, 14.30 Uhr geht es los. Dann Classic, Bikini, Frauen und Men's Physik. Wir haben uns gesagt, es sind viele Athleten. Es wird lange dauern. Ich denke mal, dass ich nicht vor 18, 19 Uhr auf der Bühne bin. Also wirklich viel Zeit. Das heißt, 16.30 Uhr, 17 Uhr Tunning, wieder hinlegen, ausruhen, trocknen. Ja, aufkommen. Und dann geht es endlich los. Also irgendwie, es ist zwar angenehm, muss ich sagen, so spät zu starten. Und es ist doch, in England war doch frühe Hutsch, frühe Aufstehen. War ein bisschen früh alles. So auch für den Körper sehr früh. Was Essen angeht, Versorgung angeht, irgendwie alles so ein bisschen aus der Routine. So ist natürlich angenehm. Wir sind heute ganz entspannt schon im Casino gewesen, haben gegessen. Es läuft, es ist entspannt. Ich habe Mittagsstunde gemacht. Ja, aber es wird ein langer Abend. Und die Pizzeria, die alle empfehlen, also bis 22 Uhr auf. Also seid gespannt, ob wir uns heute Abend in der Pizzeria sind oder nicht. Das ist noch offen. Aber darum geht es auch gar nicht. Erstmal bin ich wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wer startet. Wir haben einen Teammitglied von Stefan, den Anthony. Mit dem habe ich gestern schon gesprochen. Ein sehr, sehr cooler Athlet. Wir sehen es genau gleich. Die Arbeit wird im Gym gemacht. Wir präsentieren und die Jury entscheidet. Das ist der Wettkampf. Es ist kein gegeneinander, sondern ein Präsentieren und die Jury entscheidet. Das finde ich immer ganz wichtig. Man kämpft nicht gegeneinander. Wir alle auf der Bühne präsentieren unsere Bestleistung. Und die Jury sagt, wer ist der Beste. Das ist nicht gegeneinander, sondern alle für die Judges. Die Judges entscheiden. So sieht er es auch. Deswegen ist es eine coole Nummer. Wir sind direkt im Gespräch darüber gestolpert und sehen es genau gleich. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir nebeneinander sind. Natürlich. Dass man sich direkt mal nebeneinander sieht. Und dass wir uns beide natürlich nach vorne schieben. Ganz klar. Das ist das Ziel für heute. Ab nach vorne. Ich bin gespannt. Wie gesagt, was fällt. International weiß man nie, wer sich anmeldet. Man hätte sich gestern Abend bis 20 Uhr noch anmelden können. Dementsprechend keine Ahnung, wer um 9.45 Uhr noch gekommen ist oder nicht. Man weiß es nicht. Nicht jeder ist auf Instagram unterwegs. Wobei ich auch nicht gucke. Aber lassen wir uns überraschen. Ich sag mal ganz pauschal in 6 Stunden. Um 20.30 Uhr wissen wir auf jeden Fall wie es gelaufen ist. So. 60 Minuten chillen. Hoover ist gerufen. Und dann ist die Fall angesagt. Nachsinn trois Uhr wieder zurück. Ein Tag, wer! Good morning! Good morning! How are you guys? You ready? Yes. We are going to get the fuck out of the day. Smash everyone. Acht? My man. You know. Why are you so close? No. Ich weiß nicht, dass ich das Wort verhörter. Aber wo machst du Backstage? Backstage ist Upstär. Upstär, okay. Ich dachte, es war hier. Dann gehen wir Upstär. Was hast du gemacht? Das ist Klassiker. Das ist Klassiker. Das Start ist Klassiker, oder? Du warst auf stage? Nein, nein, nicht jetzt. 10 Minuten. Die Serie ist sehr schnell. Ich habe die Gemeinschaft gesagt, dass es heute Zeit dauert. Ja, gut. Und jetzt ist es... Sie bekommen eine Pause nur für 1 Stunde. Es sind 1 bis 4? Ja, gut. 1 Stunde. Sie starten? Sie starten seit 10 Minuten. Sie starten seit 10 Minuten. Sie starten seit 10 Minuten. Ja, mit Begriff. Sie starten seit 2.30 Uhr. Sie starten seit 10 Minuten. Ja, also 1 Stunde. Ja, also 1 Stunde. 1 Stunde. Okay, ich muss es essen. Ich lasse später. Ich lasse später. Sie starten seit 10 Minuten. Ja, Sie starten seit 10 Minuten. Ich bin nur auf der 10 Minuten. Ich bin nur auf der 10 Minuten. So können sie jemanden ausmachen. Sie können einen Prozess bekommen. Ja, ja, ja. So, Freunde des Bodybuildings und Super-Schwergewichts-Bodybuildings, die ausgestorbene Rasse leider, oder die aussterbende Rasse. Wir sind da angekommen, Backstage, wir haben eben schon ein bisschen geguckt. Wir haben Stefan kurz gesehen, der hat gerade eine Figur erledigt dann auf der Bühne. Heftig, Respekt. Ich glaube, es ist klar, was hier heute gewinnt wird. Halle ist extrem, total heftig, aber seht ihr alles nachher, wenn ihr es noch nicht schon gesehen habt. Ich weiß nicht, wie hier geschnitten wird. Und auf jeden Fall, Stefan hat gerade sein Go gegeben. McDonald's Cookie. Ich benutze am liebsten McDonald's Cookies zum Laden, wenn ich Cookies kriege, weil es die auf der ganzen Welt gibt und weil es immer die gleichen sind. Da weiß man, was man hat, wer man sie verträgt. Aber vorher gibt es ein paar bisschen Good Old Rice mit Pineapple and Honey. Schön klimatisiert. Wirklich angenehm. Hinter uns der Park, neben uns die Halle. Ist gleich der Ausgang zur Bühne. Also alles da, was man braucht. Aber das ist die schönste Story ever, weil sie gesagt hat, nein, sie macht das nicht und sie kann das nicht und sie wird das nicht. Ich sagte, Max, probier's, gehen wir die Posten schön durch. Macht, kommen. Und jetzt ist sie rausgekommen und sie hat vor allem kapiert. Jetzt hat sie das für eine Figur auch benutzen. Und ich sagte, ja, du bist Profi. Dann sind die Training gekommen und sie hat voll zum Reden angefangen. Dominiert, ne? Dasht ihr jetzt? Ich richte mich jetzt. Viere da nicht im Jawohl. Fini. Der sieht, dass stünde sein Geruch. Ich richte mich nicht. Wirklich. Der sieht schon. Ich richte mich jetzt mal. Ich richte mich nicht. Wiedersehen. Der D ist super, so muss man das machen. So, erster Formcheck nach dem Cookie. Ich guck schon, glaube ich, nicht an hinter mir. Neben dem stehen wir auf der Bühne. Steht zwei neben mir, das ist der Teampartner. Ich gebe mir die Überraschung nachher. Oder? Ne? Von der Frau sagt nie. Wie die Stimmung ist. Die Stimmung ist sehr gut. Ich bin ausgeruht. Ich fühle mich gut. Stefan hat mir gerade ein Cookie gegeben. Mein enges Team hier unterstützt mich wundervoll. Die beiden hegen und pflegen mich, als wenn ich die Grippe hätte. Ich liege nur auf dem Sofa. Und ich muss sagen, ich bin ja das erste Mal in Portugal. Letztes Jahr war ich ja coronabedingt nicht mit. Es ist genial. Es ist eine superschöne Location. Was wirklich, wenn man als Athlet reinkommt, direkt Spaß macht. Ich fühle mich gut. Stefan ist vor Ort. Ist ein Traum. Die ersten beiden Wettkämpfe haben wir alles per WhatsApp gemacht. Hat wirklich hervorragend funktioniert. Und ich muss mal wirklich sagen an dieser Stelle, danke Stefan. Wir haben es hinbekommen, mich auf zwei Wettkämpfen in Folge auf den Punkt zu piken. Bestform zu kriegen, was das Timing angeht. Und das werden wir heute ausschaffen. Von daher, es wird einfach nur Zeit, dass es jetzt losgeht. Dass ich mein Getaway trinke. Und auf dieses bisschen Farbe. Ja gut. Und dann werden wir Spaß haben auf der Bühne. Ich habe richtig Lust. Ich habe richtig Lust. Ist das die Zeit für mich? Ja. Perfect. Wir haben jetzt einen Zeitpunkt. Wir sind hier. Wir sind wieder. Third time in einem Jahr. Nummer 3, baby. Ja, das wird auch mein Letziger sein. Wir sehen uns wieder. Ja, wie geht es? Ja, es ist auch Eiland in zwei Wochen. Ich werde das Regional in sechs Tagen machen. Ja, wir müssen das machen. Ja, wir müssen das machen. Ja, dann machen wir das. Ja, ich werde das machen. Ja, ich werde das machen. Ja, ich werde die Qualifikation für die nächsten zwölf Monate. Ja, natürlich. Weil wenn ich nicht diese Show mache, dann muss ich es in Oktober. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Du könntest das Regional machen, einfach etwas verrückt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, es hat sich Russisch auszelt und Älvester, auf die Schwierigkeit. Ja, ja, ja. Wie gesagt, das ist das Standard Noil. Und dann kann man noch andere Zwiebeln essen. Ja, ja, ja. Das ist toll. Ja, 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 ja. Für mich, das ist das Essen. Ja, ja, für mich auch. Für mich ist das Essen, das Oats. Das funktioniert sehr gut für mich. Für mich ist das Essen. Die Zwiebeln ist es gut. Ja, ja. Ja, ja. Und es wird dann auf dem Toilett und auf den Saat zurück. Ja, 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 ja. Ich habe das Kreme und Reis gemacht. Chicken und Reis, Kreme und Reis. Ja. Es sitzt gut. Heute habe ich den Kuchen aus. Ja, ich habe keinen Kuchen aus. Ja, ich habe keinen Kuchen aus. Ich habe nicht für mich heute. Ja, ja. Wir haben genug. Ja, morgen wieder. Ja, morgen wieder. Ja, morgen. Was werden wir heute Abend machen? Ja. Ja. Wenn wir können, ja. 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 Wir beginnen eine Stunde später. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe es mit Klassik und Fügel. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, wir sind auf 6 bis 7. Das ist so. Ja. Ja. Vielleicht sind wir 8 bis 9. Ja, so. Ja, so. Und alles ist hier dran. Ja, ich habe einige Karten, die bis zum 10 bis 11. Ja. Ja, das war das. Meine Eltern sind hier. Ja, das ist eine Geschichte. Ja, sie leben hier? Ja, sie leben hier. Nein, sie leben hier. Ich habe es nur einen Freude. Ja, sie leben hier. Ja, sie gehen hier. Ja, sie gehen hier. Oder man kann es mit Brasilien. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Training is the only thing. So, you're on the sneaker side too, right? Always, mate. Me too, it's crazy, man. Or too many. Yeah, me too. Or too many. It's a problem. My wife always asks me, ah, I found the box. Ah! I bought them a year ago. I never won. I have to use it. Yeah. It's crazy. I hope we can. We'll go fast. Okay. Yeah. Yeah. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Wow. That's great. You want to make cookies with honey? Yeah. We'll make cookies with honey. It's 19.00. And they just said, just a while. It's still a while. It's still a while. We'll talk a little bit about what we have. And I'll be quiet. I'm getting ready to go. I'm already tired. I'm getting ready to go. But, yeah. Well, I'm getting ready to go. So, I'm getting ready to go. Now, I've got to go. I'm getting ready to go. I'm getting ready to go. It tastes good with honey. I must say. I'm getting ready to go. Now, if you've seen the last videos, if you haven't seen them, look at them. We have here, I've forgotten my English honey, and my English beer honey. And I've found only the honey here. The honey is really not great. Also, at least in the store. Portugiesish honey. I think the honey should be good here. No, no. I'm getting ready to go. No, no. And then, I'll say half a minute. But, you eat a lot of shit. You eat a lot of shit. And then... I'll say half a minute. I'm getting ready to go. I'm getting ready to go. And then... Germany and the grocery store, they don't have oil. Good luck. Thank you. And this is for a couple of people. Right? I love it. How's it going? Yeah. You've already seen the front, and you're going to go to the front. You're going to go to the back. You're going to go to the back. And the back. And this is for a couple of people. I'm getting ready to go. I'm working on the back. Thank you very much. Good luck. Thank you. Wie lange? 10 Minuten? Ich werde dich telefonieren. Zwischen 10 Minuten. Ich werde dich telefonieren. Ich werde dich telefonieren. Ich werde dich telefonieren. Ich werde dich telefonieren. Ja, mein Wälder drückt. Okay. Put it on. Put it now. These guys are going to enter. Then these guys for results. Then you, and these guys for results. Okay, so two classes before us. Yeah. So we still have like five to ten minutes. Oh, maybe more than 15 to 20 minutes. Perfect time for this morning. Okay, we'll start. Yeah. Go! 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 Go, go. Good job. Go! Go! Yes! Before we finish, we'll do the right. Go! Come, 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 come! Go, come! Go! Go! Oh, go! Applaus 183. 183. Come dummies! Dermat, no noes. Suck it a little bit. Come un submitted! Then come out! Yo! Tramatsu. Die Schreie. Die Schreie. Die Schreie. . FHF. FHF. . . Schrauben! 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 Jetzt mal, relax, relax. Spread out! Espacio! La última portera! All right, Jan, relax, relax, spread out. Espacio, la última frontera. Don't go前 shot. Thank you. Bad shot. Good, bad shot. Good, bad shot. Good, bad. He's doing it. No. Be picture. Blobbarsten so. Das Ziel. Sohn. Blocks. Yo, Oliver! Du Ort, jemand! In 3rd place, number 191, Tobias Hach. Bernardo Lorenzo! In 1st place, result was that in 2nd place is the number 206, Bernardo Lorenzo. We did it! 3rd place in Hardcore-Lineup. Richtig geiler Wettkampf. Es ging so schnell, ich habe den ganzen Tag gewartet und jetzt ist es wieder vorbei. Ich glaube, das hat man gerade schön gesehen, dass im Rot schon jemand abgebissen hat. Ich habe vorher abgebissen, bevor die Kamera an war. Der Wettkampf ist vorbei, ich habe es gesehen. Emotionaler Tag. Mega Lineup. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gerade, habe ich jetzt das erste Mal meine Form on Stage gesehen. Ich muss sagen, ich weiß jetzt, hagel das Kommentare. Ich habe das Gefühl, langsam sehe ich auch für einen Bodybuilder. Auch bei meiner Größe. Es geht langsam in die richtige Richtung. Ich bin sehr, sehr zufrieden. An dieser Stelle einmal ganz kurz hier mitten im Video ein ganz großes Dankeschön an euch. Ich habe gerade schon ein bisschen in Insta reingeguckt. Die Nachrichten schießen schon wieder rein ohne Ende. Danke für euren ganzen Support, was Nachrichten angeht, was Kommentare angeht. Es freut mich, dass ihr so mitfiebert. Wir haben es schon gesagt, es geht weiter. Ich gucke gerade nach Flügen. Ich gucke gerade, wo der Wettkampf in Irland stattfindet. Wir sind 2 weeks out. Das bedeutet, in 2 Wochen geht es noch in Irland. Vorher muss ich noch eine Regional Show machen. Das heißt, nächste Woche geht es zur Dennis Wolf Classic. Da muss ich einmal auf die Bühne. Werden wir im Vorbeilaufen quasi mitnehmen und dann auf Irland pieken. Das ist der Plan. Aber heute Abend, ihr seht, ich habe das Knoblauchbrot schon in der Hand. Ich bin erstmal runtergefahren, gegessen, aufgeladen. Ich glaube, jetzt sind wir von der Condition wirklich nochmal besser. Dreimal on point, würde ich sagen. Dreimal on point gepiekt, oder? Also Respekt an Chefern. Dreimal wirklich, zweimal aus der Ferne, einmal live on point gepiekt. Alles ganz ruhig, ohne Kampf, ohne Stress. Ohne großes Hexenwerk. Ich habe den ganzen Tag, würde ich sagen, 750 Milliliter getrunken. Also kein Wasserkat, nichts. Keine großen Experimente. Einfach so gemacht wie immer. Dementsprechend, da es alles entspannt ist, läuft es weiter. Wie ihr seht hier, ich habe schon so ein richtig schönes Lachs-Carpaccio. Da freue ich mich extrem drauf. Was noch besser ist als Lachs-Carpaccio, ist Re-Carpaccio. Aber nein, das gibt es hier nicht. Und Rikki isst mir schon wieder das Brot weg. Das ist Minus. Ach so. Aber du musst doch auch gar nicht mehr bestellen. Die Hälfte ist Minus, die Hälfte ist Meis. Ich habe einfach zweimal bestellt. Ah! Sherry is caring. Ich habe gar nicht bestellt, den ess so einfach. Cool, ne? Für sie ist ein Sabbat. Alles klar, Prioritas. Ach so. Ich fvell�를 mich an Gracemin.